So, weiter geht es jetzt hier. Sie kommen langsam, werden immer garstiger, die Forellen hier, im Forellensee Brockenlande. Und, guckt das mal an, kampfstarke Forellen in Premium-Qualität. Boah, was für eine schöne. Das Öl ist von oben, 20 Zentimeter. Da ist die Wünsche grob. Da drüben wird auch wieder gedreht. Da drüben wird auch wieder gedreht. So, die Bremsen sind immer gut eingestellt. Aber, wie soll es sein? So, die Bremsen sind immer gut eingestellt. sein. Ah, da hübsch die nächste. Ah, siehste. Schön. Und das mal an hier. Schöner Fisch. Vitri.